Am vergangenen Sonntag hatte der erste Sebastian Vettel-Fanclub wieder zum Public Viewing eingeladen und über 2000 Fans des Formel 1-Piloten waren nach Heppenheim gekommen, um ihn beim Rennen in Singapur zu unterstützen. Nur einmal wurden die Fans und zwar, als zu Beginn der Übertragung die Technik versagte und kein Bild mehr zu sehen war. Doch das Problem konnte glücklicherweise schnell behoben werden. Meinen Sie, Sebastian Vettel wird heute Weltmeister? Ich hoffe nicht. Aber selbst wenn er es nicht wird, hat er ja noch fünfmal die Chance, es zu werden. Da wird er so viele fällen. Denkt ihr, Sebastian wird heute Weltmeister? Heute nicht. In Japan. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. 50-50. 50-50. Also wenn Alonso ausfällt, glaube ich schon, dass er es wird. Aber solange Alonso noch vorne dabei ist, keine Chance. Kennen Sie Sebastian Vettel denn persönlich? Nein. War er schon mal hier den Fanclub besuchen? Das jetzt noch nicht direkt. Er war ja beim Empfang da, nachdem er Weltmeister war, hat den Pulli nach Heppenheim geholt. Und da war der Fanclub mit dabei, auch einen Teil der Veranstaltung übernommen. Und wir sind guter Dinge, dass er jetzt nochmal kommt. Kurz vorhin ist noch eine Schrecksekunde für die Fans von Sebastian Vettel. Aber glücklicherweise konnte der Heppenheimer das Rennen regulär beenden und fuhr als Sieger über die Ziellinie. Die Heppenheimer hat es gefreut. Hat Ihnen das Rennen heute gefallen? Das, was wir sehen konnten, das war ja alles voll gewesen, war super. Ja, ich meine, wenn der Vettel von Anfang an bis zum Ende durchfährt, da kann man ja nur sagen, Respekt, gut ab. Und ja, dann wird es klappen. Und ja, ich gebe dem Timo Klopp noch ein neues Auto, ein besseres Auto. Und dann haben wir einen zweiten Kreis, Bergsträßler oder Odenwaldkreis, vielmehr. Und dann machen wir einen Doppelparty, wenn der Timo Klopp auch noch ein super Auto kriegt. Haben Sie damit gerechnet, dass er heute Weltmeister wird? Ich habe es gehofft. Wie hat Ihnen beiden das Rennen gefallen? Super geil. Viel Spaß oder Riener. Großartiger Renntag in Heppenheim. Sonne hat geschieden, es waren über 2000 Leute hier im halben Mond. Großartiger Tag. Erster Sebastian Vettel-Fanclub ist super zufrieden. Erster Sebastian Vettel-Fanclub ist super zu gleichen. Erster Sebastian Vettel-Fan corps ist super zufrieden. Erster Sebastian Vettel-Fan-clasen ist super zufrieden. ErsterolfAutperformance ist super zufrieden. Erster anthropf Jesper- turnar im Welt. Erster bevor zupial verteidigte Rainer. Vielen Dank.